Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice In der letzten Folge, da mich nicht alles täuscht, haben wir die Wandschirmaffen gemacht Ja, ist auch so Ich weiß, wo es weitergeht Mag mich hier ein bisschen noch umschauen Dann mag ich mir noch angeblich einen Skilltree holen Das hat mir Oberklunder Patrick gesagt Sprich, da werde ich als nächstes hinschauen Und dann gehen wir in der Story weiter Da waren wir auch schon Wir werden dort relativ flott auf einen Gegner treffen Hm Geh uns eh wieder das Leben zur Hölle machen wird Eigentlich geht's hier weiter und da mag ich Oh, das schlau ist Das ist doch der Raum Gut Dann spal ich mir So Und da hinein Das ist doch der Raum Das war's für heute. 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 Gut, dann nehmen wir... Und schauen wir, was wir hier haben. Und das sollte jetzt sein, dass wir einen neuen... Das ist genau das, was Patrick meinte. Wir haben vermutlich... Und einen neuen Skilltree. Dann hätten wir... Dann hätten wir uns das jetzt auch geholt. Und dann können wir... weitergehen. Patrick meinte... Patrick meinte, da sind eins der Sachen drin. Das ist wahrscheinlich genau so was. Das ist halt auch praktisch. Das ist halt... Das ist halt... Und das schaut's ja danach aus. Den würde ich vermutlich eh nicht verwenden. Ja, ich warte noch ein bisschen. Und jetzt geht's dorthin, wo ich eigentlich wollte. Und zwar... Nein... Ja... Stattalsperren... Nein... Doch... Doch, ich glaube daher will ich... Ganz genau daher will ich... Ganz genau daher will ich... Und zwar... Und zwar muss ich da unten weiter... Und da wisst ihr ja... War mir schon. Da ich dem Henzi aber definitiv gleich eins abziehen mag von oben... Machen wir das so... Naja... Hat ja... Super... Ja gut... Schauen wir mal ob man noch was machen kann... Schauen wir mal ob man noch was machen kann... ja hat ziemlich perfekt angefangen mit ich bin mal daneben kein glorreicher statt kohle verliehen so so aber da sind wir ja auch schnell so 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 hallelujah so 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 der sollte jetzt auch weg sein so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und ich glaube nämlich eher das ist nicht Zudem muss So, nun einfach mal hier weiter So, nun einfach mal hier Oh mein Gott So, nun einfach mal hier 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 Okay Okay So, nun einfach mal hier Und jetzt war er. Was denn? Reisen. Gut. Gut. Das ist schon ein paar Teile. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Das war's für heute. Gut. Das war's für heute. Ja. Gut. Gut. Wir sind jetzt einmal dahergekommen. Wir haben einen Boss gemacht. Also den Mini-Boss. Ich werde das jetzt mal sickern lassen und schauen wir das nachher nochmal in Ruhe an. Ich sag' vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und Baba.